Also ich würde mir zumindest wünschen, dass der Unterricht der Zukunft wesentlich individualisierter und personalisierter ist. Das könnte zum Beispiel heißen, dass wir im Fremdsprachunterricht viel individualisierter mit Texten umgehen, dass die einen Schüler Texte lesen, die genau den Schwierigkeitsgrad haben und ein bisschen drüber sind, wie das Niveau, auf dem sie momentan beim Lesen sind. Es können andere Schüler geben, die gucken lieber Videos aus einer Literaturverfilmung, kriegen entsprechende Unterstützung, andere Kinder hören vielleicht lieber Podcasts und kriegen auch das genau auf ihrem Niveau. Die werden dann Lernprodukte präsentieren, die wir ihnen oder diese erstellen, die wir momentan noch gar nicht uns ausdenken können, die aber ganz genau festhalten, was die Kinder da erstellt haben, um ihr Wissen zu zeigen und darzustellen. Das können Videos sein, das können interaktive Apps sein, die Möglichkeiten sind endlos. Über ganz zielgerichtetes Feedback können die Schüler dann sofort und nicht erst Tage oder Wochen später erfahren, wo eventuelle Schwierigkeiten liegen, können die sofort ausmatzen. Und das wirkt sich ganz positiv auf die Nachhaltigkeit des Lernerfolgs aus. Virtuelle Realität hat in meinen Augen ein ganz großes Zukunftspotenzial für den Unterricht, weil wir eben Dinge, die wir nicht im Klassenzimmer vorfinden, einfach simulieren können. Das heißt, Kinder können tatsächlich sich im Regenwald bewegen, die können hoffentlich eines Tages, oder können sie ja tatsächlich jetzt schon, Pyramiden erkunden, die können sich an Orten bewegen, die können Dinge anschauen in der Vergrößerung oder in der Verkleinerung, von denen wir jetzt nur denken können. Das heißt, wir können den Unterricht anschaulicher machen, wir können besser visualisieren und so hoffentlich das Verständnis vertiefen. Was Künstliche Intelligenz angeht, da bin ich noch skeptisch, da habe ich bisher zu wenig gesehen. Es gibt ganz wenig Anwendungen momentan, die das Potenzial andeuten, aber langfristig könnte ich mir vorstellen, dass uns Künstliche Intelligenz hilft bei der Bewertung von Schülerarbeiten, das heißt den Lehrern ganz gezielt Arbeit abnimmt, den Schülern gleichzeitig sofortiges und effektives Feedback vermittelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Künstliche Intelligenz helfen kann, noch besser eine Passung zu finden zwischen den Lerninhalten und den individuellen Kompetenzniveaus des Schülers. Digitalisierung kann sich positiv und negativ auf das Lernen auswirken. In positiver Hinsicht wünschen wir uns ein vertieftes, ein nachhaltiges Lernen, das sehr bedarfsgerecht und zielorientiert eingesetzt wird. Im negativen Falle allerdings verstärken die digitalen Geräte oder ineffiziente Unterrichtspraktiken die sogenannte partielle Aufmerksamkeit, das heißt Kinder konzentrieren sich eben nur zum Teil auf Dinge und machen mehrere Dinge gleichzeitig und wir wissen, dass das dem tatsächlichen vertieften Lernen hinderlich entgegensteht und sogar echtes Lernen verhindern kann. Und das lässt sich nur kompensieren, wenn wir als ganze Schule denken, wo wir sagen, wie können wir diese stärkende Digitalisierung entsprechend unterstützen und wie können wir aber auch potenzielle Gefahren oder Nachteile, wie können wir denen entgegenwirken. Und da ist zum Beispiel das Stichwort Aufmerksamkeitstraining ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld. Medienkompetenz wird in meinen Augen häufig missverstanden. Das klingt so, als ob das ein unabhängiger Kompetenzblock wäre, den man über alle Fächer drüber schlüpfen kann oder der sich unabhängig von Fachkompetenz entwickelt. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass jedes Fach ganz gezielt gucken muss, was sind die speziellen Darstellungen und Präsentationsformen, die wir nutzen, die wir den Kindern beibringen können und welche sind das nicht. Und in der Summe und über verschiedene Fächer verteilt, wird es dann heißen, dass Kinder sich diese Medienkompetenz, die sich die ausbilden. Aber das muss ganz klar und ganz gezielt an den Fachunterricht gekoppelt sein. Das heißt, in manchen Fächern zum Beispiel, wie kann ich unterscheiden, welche Webseiten seriös sind, das muss aber an Inhalte gekoppelt sein. Also welche Nachrichten sind seriös, welche Nachrichten sind Fake News, wie kriege ich es raus und wo ist das tatsächlich an mein Fach gekoppelt. Ohne diese Fachkopplung laufen wir Gefahr, dass das ineffizient gestaltet wird. Wenn man auf die deutsche Schullandschaft guckt, dann könnte das Unterschiedliche gar nicht sein, das Bild. Ich erlebe Schulen, in denen es in ganzen Trakten überhaupt kein WLAN gibt, beziehungsweise gar kein Internet. Ich erlebe Schulen, die komplett mit Tablets ausgestattet sind. Wenn man ein bisschen am Lack kratzt, dann sieht man ganz deutlich, dass noch ein didaktisch-methodischer Überbau fehlt. Uns fehlt, wenn man das plakativ ausspricht, die Didaktik oder Pädagogik für das 21. Jahrhundert. Und das ist die große Herausforderung für die Didaktik und für die Lehrstühle an den Unis.